Was machst du denn? Ich bin beim Bund. Auffreiten! Auffreiten! Wie heißt das? Na? Was jetzt? Was jetzt, Herr Feldwebel? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Hör wohl schlecht. Mann, 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 Lehmann. Mit ihm werden wir aber noch viel Freude haben. Also, ich hab den Krieg erlebt. Ich hab verweigert. Der älteste Sohn von den Meierlings, der Jürgen, der hat auch verweigert. Und unser Sohn geht einfach zur Bundeswehr. Wollt ihr, dass ich ausziehe? Natürlich nicht. Ist sie doch frei? Hier willst du da wohnen? Ist ja okay. Aber sag den anderen nichts. Das muss man psychologisch vorbereiten. Bisschen Colbert. Hey, was soll der Scheiß? Franky! So. Und was machen wir dann mit den Steinen? Halt mich, wir haben nichts, halt noch die Schnauze hauen! Sie, armer Mensch. Wieso geht eigentlich einer wie du zum Bund? Du bist doch mehr so der Himmityp. Ich hab vergessen zu verweigern. Ganz schön blöd. Du bist doch mehr so der Himmityp.